So Leute, ich bin jetzt auf dem Heimweg. Wir verlassen das letzte Hotel und fahren jetzt mit dem Bus zum Flughafen. Und dann geht es zuerst mal nach Madrid und dann zurück nach Berlin und um 19 Uhr haben wir es geschafft. Ja, das war unser Hotel. Und das ist nochmal ein letzter Blick nach Casablanca. So, ich habe es geschafft. Passkontrolle. Wir sind praktisch schon ausgereist. Abfittigungsterminal sind wir jetzt. Und dann heben wir auch schon in einer Dreiviertelstunde ab. Abfittigungstermin. So, endlich zu Hause, Home Sweet Home. So, 28 Grad, davon kann man hier nicht nur träumen, aber es sind 16, also wirklich kein schlechtes Wetter erstmal und ich packe jetzt aus, bin echt fertig und werde heute mal zeitig ins Bett gehen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, Marokko, auf jeden Fall eine Reise wert, Marrakesch sowieso. Und ja, lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und vielleicht teilen und liken, würden wir auch freuen. Ansonsten auf die nächste Reise oder mal sehen, was hier am nächsten Tag kommt und bis dann, schönen Abend. Ciao. Das ist das Adelsgebüge, direkt vor uns. So, wir sind jetzt angekommen im Garten von Yves Saint Laurent, von ihm Design zumindest. Und das fängt an mit den Kakteen und das ist...